Gutau und Seinulau stehen bereit, das ist schon eine ordentliche Distanz. Und das ist eine gute Variante, was für eine Überraschung vom Endtor für 60 München. Gucken wir drauf, alle erwarten die Flanke oder den Schuss in den 16er und Gutau macht das furztrocken mit zwei, drei schnellen Kontakten. Es sind tatsächlich nur zwei Stück Ballannahme und Boom, nichts zu machen. Und Trinity zaubert. Oha, was für ein Fehler. Jetzt die Riesenschuss und das ist der Ausgleich. Nichts in dieser Form. Rieder bekommt den Ball und Rieder mit dem Blackout. Hiller riskiert hier fast noch einen Elfmeter und Mapse verliert kurz die Nerven, aber weiß dann auch, ich habe Zeit, ich schaffe das und er schafft es. Läuft dann direkt zu Kölner. Auch mal aus Spitz im Weg. Schwarz. Schwarz! Doppelkopf, zweite Welle, Korpatsch, der rutscht irgendwie durch, der rutscht irgendwie durch! Erstes Saisontor, so ist es passiert. Die Ecke, alles in Ordnung, dann eine unglückliche Situation und Korpatsch. Seinem neuen Arbeitgeber, ein bisschen Luft verschaffen und Kölner schocken, der hier noch irgendwie sich aufs Spielchen einlässt. So, jetzt gibt es Rund. Es gibt Rund. Kein Löwe in Ballnähe. Gut auch. Und das war's! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.